Have fun, hier ist der Abraham und dieses mal habe ich was ganz besonderes für euch, nämlich es geht um eine neue Mission nach ein paar Jahren in Assassin's Creed Odyssey und die beschäftigt sich mit unserem Protagonisten Ivor aus Assassin's Creed Valhalla und ich starte jetzt hier mit der Version, so geht's los, mit der Mission Flucht aus dem Alltag. Viel Spaß! Ja! 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 Was ist das? Was ist das? Segelt mit! Auf Kofu findet ihr Glückseligkeit! Tägliche Überfahrten! Lust auf einen Besuch im Paradies, Söldling? Paradies? Fährt dieses Boot ins Elysion? Nein, nach Kofu. Da gibt es keine Arbeit, nur Vergnügen. Ein reiner Urlaubsort. Urlaub? Was ist das? Oh, ein Gemütszustand. Du musst dich um nichts kümmern, nur um deine wohlverdiente Entspannung. Eine ganz neue Idee. Das klingt verführerisch. Nirgends ist das Wasser klarer als vor der Küste, Korfus. Was ist mit Soldaten? Verbrechern? Menschen? Von denen bräuchte ich eine Pause. Falls welche dort sind, sind sie damit beschäftigt, sich zu entspannen. Nimmst du an der heutigen Überfahrt teil? Das ist genau, was ich brauche. Urlaub. Zumindest für ein paar Tage. Na, dann komm an Bord. Unser nächster Halt? Die Glückseligkeit. Na, dann komm an Bord. Ja, dann komm an Bord. Ich hab nicht aufgegeben, dein Manuskript über die Bodenschaffenheit Tessal jetzt zu lesen. Also gibst du besser nicht auf... Aha, da auf dem Dach. Malack. Kassandra, was machst du da oben? Wonach sieht das denn aus? Ich mache Urlaub. Ah, du warst zu lange in der Sonne. Du bist ja brauner als ein Bronze-Standbild. Komm runter. Ach, was. Ich genieße die frische Luft. Wohlverdiente Ruhe. Wir sehen uns. Was wäre, wenn ich dir sage, dass... Ein legendärer Schatz auf dich wartet, hm? Was sagst du dazu? Das habe ich schon so oft gehört. Jemand wie du findet ihn doch im Handumdrehen. Die Adresse Theia muss auf Vordermann gebracht werden und ich brauche ein paar Drachmen. Hilf einem alten Freund. Ja, um der alten Zeiten willen. In Ordnung, schon gut. Hüpf nur nicht gleich aus dem Chiton. Nicht nur so leichtfüßig wie früher, oder? Sieht so aus. Was hat das mit diesem Schatz auf sich? Ach, das ist sicher nur das Aufregendste, was dir seit Ewigkeiten passiert ist. Ich hatte schon genug Aufregung für ein ganzes Leben. Das ist wirklich der letzte Ort auf Korfu, an dem wir dich vermutet hätten. Was hast du hier ganz alleine gemacht? Nichts werte, Herodotos. Und dabei hatte ich wirklich sehr viel Spaß. Tagsüber gedöst, nachts die Sterne bewundert und der Wein floss in Strömen. Das sieht dir gar nicht ähnlich. Vielleicht sieht es der alten Kassandra nicht ähnlich, aber die neue Kassandra hat sich nie besser gefühlt. Du gehst doch nicht in Ruhestand, oder? Solange es auf dieser Welt noch Probleme gibt, wird das wohl nichts. So ein mürrisches Gesicht kenne ich von dir gar nicht. Komm schon. Jeder mag Schätze. Ich bin nicht in Stimmung. Ich bin gerade... ...beschäftigt. Nicht in Stimmung? Das klingt nun wirklich gar nicht nach dir. Ja und? Was ist daran so schlimm? Mir geht's gut, wirklich. Ich brauchte einfach mal ein bisschen Zeit für mich, um über mein Leben nachzudenken und Abstand von allen zu gewinnen. Nicht böse gemeint. Schon in Ordnung. Es stimmt. Du hattest wirklich schwere Bürden zu tragen. Aber wenn irgendjemand das schafft, dann Kassandra. Du brauchst etwas, das dich von den Bürden ablenkt. Komm schon. Sag, dass du mit auf Schatzsuche kommst. Für die Adrasteia. Für mich. Gut. Gehen wir auf Schatzsuche. Damit du ein paar Drachmen in die Taschen bekommst. Schon besser. So kenn ich dich. Die Beute wird sich erreichen für ein schickes, neues Schiff. Der Legende nach soll von Göttinnen gewobenes, feinstes Leinen mit dabei sein. Antike Schriftrollen. Einzigartige Waren aus exotischen Ländern. Jetzt werd mal nicht überschwänglich, Barnabas. Schon gut. Ich will niemandem die Überraschung verderben. Auf der gesamten Insel findest du Hinweise, die dich zu unermesslichem Reichtum führen werden. Wenn der Schatz so legendär ist, warum hat ihn da noch niemand gefunden? Seit Jahrhunderten sucht man danach. Nun, vielleicht nicht ganz so lang. Niemand hat ihn je gefunden. Aber heute finden wir ihn. Abwarten. Das Einzige, was es hier im Überfluss gibt, ist Sand. Und Piraten. Ich hole schnell mein Zeug. Söldlinge rasten nicht. Hierbei müssen wir mehrere Stationen abgehen. Und ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Anschauen. Gehin. Gehin. Geh, heiß. Ja. Seit ich meine Sachen hier verstaut habe, habe ich fast vergessen, dass es sie gibt. All die Leute, die ich getroffen habe, es ist als würden sie mir ständig folgen. Sowohl physisch als auch in meinem Kopf. Was ist das? Oh, Mann. Hm? Oh, come on. Hüttel, 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 Hüttel und Hüttel. Kein Licht mehr. So bleibe ich ungesehen. Ich hatte gehofft, ich würde sie nicht so bald wieder brauchen. Wenn du das Gegenteil von Urlaub suchst, fahr nach Sparta. Es wird Zeit, wie der in Form zu kommen. Das sollte reichen. Jetzt also zu diesen Hinweisen. Ja. Interessante und faszinierende Hinweise erwarten dich. Barnabas, Vorsicht. Was denn? Zu viel? Was denn? Verdammt, das gute Leder! Verdammt, Vorsicht, 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 Vorsicht! Verdammt, Vorsicht! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Die Gegend wird gut bewacht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Schauspieler, die Piraten mimen? Nicht schlecht. Die beiden haben sich selbst übertroffen. Untertitelung. BR 2018 Los, liefern wir unserem Publikum einen guten Kampf, ja? Untertitelung. BR 2018 Keine schlechte Vorstellung. Habt ihr Erfahrung als Schauspieler? Untertitelung. BR 2018 Wir wissen, dass du es weißt. Ach, was soll ich wissen? Der Schatz, lüg mich nicht an. Du hast rumgeschnüffelt. Tja, sowas machen Leute eben, wenn sie auf Schatzsuche sind. Wir finden ihn zuerst. Wirst schon sehen. Ich nehme an, der Kampf war nicht nur gespielt. Niemand spielt, wenn es um solche Reichtümer geht. Aber diese Hinweise stammen von Herodotus und Barnabas, oder? Welche Hinweise? Was? Was? Woher weißt du von dem Brief des Schatzsuchers? Moment. Nochmal von vorn. Es gibt wirklich einen echten Schatz hier auf Korfu? Ja? Ist doch egal. Du würdest ihn sowieso nie zu Gesicht bekommen. Du bleibst hier eingesperrt bis ans Ende deiner Tage. Das werden wir noch sehen. Wo ist meine Ausrüstung? Warum? Hat mich! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und los. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Eindringen! Wer bist du? Für Ares! Ich sehe sie! Ich sehe sie! Ich sehe ihnen die Wache. Ich sehe sie. Zufall sie! Zufall sie! Ich fang sie! Los, du bist! Nicht schocken! Mist, du ja! Dein Leger ist veröffentlicht. Na, wer sagt's denn? Erst auf Griechisch, aber irgendwie auch nicht. Hoffentlich kann Herodotos das lesen. Ich dachte schon, ich verrotte hier. Danke. Ich dachte auch ganz schnell. Danke, Herr Dolenz. Oh, Mann! 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 Hey! Die Mäuren führten dich zu. Ich danke dir von Herzen. Die Mäuren führten dich zu. 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 Was steht denn da? Ich weiß es nicht genau. Aber es passt zu. Eine Geschichte, eine Geschichte, die ich einmal gehört habe. Wir drei. Wir werden Geschichte schreiben. Das ist nicht die Mäuren führten. Die Mäuren führten dich zu. So ist die Mäuren führten dich zu. Langsam entwickelt sich. Das ist die Mäuren führten dich zu. Weil wir dazu fünf Hinweise finden. Und die Mäuren führten dich zu. Die Mäuren führten dich zu. Und die Mäuren führten dich zu. Und die Mäuren führten dich zu. Tschau, tschau, tschau. Und die Mäuren führten dich zu. Und die Mäuren führten dich zu.